Also ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, der Frank, äh, 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 der hatte eine Liebschaft, aber so wie das im Haus aussieht, die Jessica, also die flirten ja, was das Zeug hält, also wie so, ja, zwei 16, 17, oder besser gleich 14, 15 Jahre, die sich da necken? Ich meine, er rennt da ins Bad, während sie da nackt in der Badewanne ist und kippt ihr denn da Wasser drüber? Also da scheint sich eine neue Romanz, eine neue Liebschaft anzubundeln, habe ich den Eindruck, also. Und ich dachte, der Frank, der hat schon was im Feuer, aber vielleicht hat er ja mehrere Sachen im Feuer. Es kann ja auch sein.